Man sieht hier eine Wahrheitstafel und da geht es um diesen Term ganz konkret. Und ich möchte also hier diese Ergebnisspalte für diesen Term ergänzen. Und was ich bereits vorbereitet habe, ist, dass ich hier links alle möglichen Kombinationen der Eingangswerte für die in dem Term hier enthaltenen Variablen a, b und c bereits einmal zusammengestellt habe. Um jetzt zu dem Gesamtergebnis zu kommen, brauche ich mehrere Teilergebnisse und ich beginne einmal an dieser Stelle mit aus a folgt b. Wenn ich also nur diesen Teil hier einmal in Wahrheitswerte verwandeln will für die einzelnen Varianten, die ich hier habe, dann sieht das folgendermaßen aus. Zunächst einmal benötige ich hier Angaben zu der Wahrheitstafel für die Implikation und die muss ich mir einmal notieren. Das sieht wie folgt aus, a und b und dann will ich haben, aus a folgt b und diese Tabelle für alle möglichen Werte 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nun, das war folgendermaßen definiert, aus was Falschem folgt etwas Falsches, das ist wahr, aus was Falschem folgt etwas Wahres, das ist wahr, aus was Warem folgt etwas Falsches, das ist nicht wahr, aus was Warem folgt etwas Wahres, das war wahr. Also diese Tafel, die muss man im Kopf haben, die muss vor seinem geistigen Auge dann jeweils ablaufen und dann können wir uns konkret hier um diesen Teil kümmern und gucken uns das dann jeweils mal an. Also erste Zeile a und b haben diese beiden Wahrheitswerte, also das Ergebnis ist hier die 1 an der Stelle und die schreibe ich dann auch mal rein. Dann geht es weiter, hier selbe Spielchen 0, 0, also das Ergebnis ist wiederum die 1 und das schreibe ich hier auch rein. Nächste Zeile 0, 1, das ist diese hier, Ergebnis ist eine 1, das schreibe ich hier rein. Und das nächste ist wiederum dasselbe, auch 0, 1, da können wir auch direkt wieder übernehmen. Dann haben wir wieder was anderes, 1, 0, das ist diese Zeile, das Ergebnis ist eine 0. Dann in der nächsten Zeile ist es ja wieder dasselbe und dann kommt hier unten noch die 1, 1, das ist dieser Teil, Ergebnis ist eine 1, das haben wir also sowohl hier als auch an dieser Stelle. Ich habe jetzt also nichts anderes gemacht, als für diesen ersten Teil hier die Wahrheitswerte zusammenzuschreiben. Dasselbe Spielchen mache ich jetzt an dieser Stelle für aus b folgt c. Nun da ist klar, dass ich dann im Grunde hier das verändern muss, aus b folgt c, das soll dann c sein, so, aus b folgt c und dementsprechend muss das hier auch stehen, aus b folgt c. So gehört es dahin und jetzt geht es wieder los. Also diesen Teil betrachte ich aus b folgt c, wir sind also hier an dieser Stelle, 0, 0, Ergebnis ist eine 1. Dann sind wir an dieser Stelle, 0, 1, das ist hier, Ergebnis ist eine 1. Dann sind wir hier bei 1, 0 ist dieses, Ergebnis ist eine 0. Es geht hier weiter mit 1, 1, das ist diese Zeile, Ergebnis ist eine 1. Dann sind wir wieder bei 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, das ist dasselbe, was wir hier oben schon mal hatten, also können wir genau diese Werte nach unten übernehmen, da ändert sich dann nichts. Jetzt also haben wir hier 1, 1, 0, 1 und jetzt haben wir also nur diese Klammer aus b folgt c hier die Wahrheitswerte entsprechend ermittelt. Da wir jetzt diesen Teil ermittelt haben und diesen Teil ermittelt haben, können wir uns also um die Implikationen dazwischen kümmern und das würde jetzt wie folgt aussehen, dass wir uns jetzt ein klein wenig abstrakter hier das Ganze vorstellen müssen, aber ich zeige mal, was ich damit meine. Also, geht los, aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres, das ist diese Zeile hier und das Ergebnis ist eine 1, kommt dahin. Direkt darunter haben wir nochmal dasselbe, denn hier diese Werte stimmen ja jeweils überein, also muss das hier auch übereinstimmen, kein Problem. Jetzt haben wir aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches, das wäre diese Zeile hier und wir haben hier die 0, die wir da reinschreiben müssen. Dann haben wir wieder diese Situation, die haben wir oben schon mal gehabt, können wir also den Wahrheitswert übernehmen. Dann sieht es so aus, aus etwas Falschem folgt etwas Wahres, das ist diese Zeile. Ergebnis ist eine 1. Die nächste Zeile ist wieder identisch, also hier stimmt es und hier stimmt es überein, dann müssen auch diese beiden übereinstimmen. Dann haben wir aus etwas Wahres folgt etwas Falsches, das ist diese Zeile, Ergebnis ist eine 0. Und zu guter Letzt aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres, das hatten wir auch schon, das ist dieser Teil hier, Ergebnis ist eine 1. Also wird es hingeschrieben und damit haben wir jetzt an dieser Stelle hier das Ergebnis von diesem ganzen Term. Und jetzt haben wir also noch übrig, hier hinten das C und diese Implikation ist die, die wir noch beschreiben müssen. Und wenn wir das haben, dann haben wir die richtige, korrekte Ergebnisspalte, die wir insgesamt ermitteln wollen. Ich werde einmal das C übernehmen, das heißt ich schreibe alles das hin, was vorne auch für C steht, das ist immer der Wechsel zwischen 0,1, 0,1 und 0,1. Also hier habe ich jetzt genau das hingeschrieben, wie C hier vorne definiert ist. So und jetzt geht es ja darum, jetzt will ich hier diese Implikation mir anschauen und das mache ich auch wieder zeilenweise. Also hier, das war ja das Ergebnis dieser gesamten Klammer und das, was ich rechts habe, steht hier. Also habe ich hier doch konkret die Situation, aus etwas Wahrem folgt etwas Falsches, das ist diese Zeile hier, Ergebnis ist eine 0. Die schreibe ich hin. Dann habe ich hier, aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres, das ist diese Zeile, daraus folgt eine 1. Dann habe ich, aus etwas Falschem folgt etwas Falsches, das ist diese Zeile, Ergebnis ist eine 1. Aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres, das kennen wir schon, das ist eine 1. Aus etwas Wahres folgt etwas Falsches, diese Zeile, Ergebnis ist eine 0. Aus etwas Wahres folgt etwas Wahres, das kennen wir schon, das ist eine 1. Aus etwas Falschem folgt etwas Falsches, diese Zeile kennen wir auch schon, ist auch eine 1. Und aus etwas Wahrem folgt etwas Wahres, haben wir schon mehrfach gehabt, Ergebnis ist auch eine 1. Wir sehen also jetzt, dass wir an dieser Stelle hier das Ergebnis haben, des kompletten Terms von hier oben. Das ist das eigentliche Ergebnis, das ist das, was wir ermitteln wollen. Und das Ganze haben wir ermittelt mithilfe der Wahrheitstafel für die Implikation, die wir hier mal aufgeschrieben haben. Die jeweiligen Überschriften der Spalten, wie wir sie hier haben, die haben wir jeweils immer so angepasst, wie wir es gerade brauchten. Und ja, das wollte ich zeigen in diesem Video.